jung brutal durchgesuchtet mit einem neuen video nach gefühlt zwei jahrzehnten m zu 1 m zu nice vom server ftscraft und heute eine neue stadtvorstellung wie gesagt lang ist es her gefühlt zwei jahrzehnte und heute ist es aber eigentlich soweit dass ich euch hier in einem sehr schönen shader hoffentlich und auch in hoffentlich guter bild und auch tonqualität letztes video war nicht so geil aber ich denke es sollte jetzt mittlerweile alles wieder gefixt sein heute haben wir aichi eine asiatische stadt im feudalischen japanischen asiatischen style wie auch immer eine reine menschenstadt und wir befinden uns hier aktuell jetzt an unserem ausgangspunkt das ist der hafen da will ich euch kurz mal hier zeigen damit ihr hier die schönen schiffe einfangen könnt bliege ich kurz mal hier im fly rum was natürlich die absolute ausnahme darstellt sonst werde ich wie gewohnt natürlich noch mal zu fuß meinen weg durch die stadt beschreiten hier haben wir ja wahrscheinlich hier so eine art kriegsschiff oder handelsschiff ich weiß nicht dass hier wird ein handelsschiff sein dass sie sind kleinere fischerboote vielleicht oder auch handelsschiffe das hier sind fischerboot ja der hafen auf jeden fall finde ich schon sehr imposant ich zeige euch gleich auch einen winkel den ich auch besonders gut finde hier auf jeden fall was ich schon mal sehr geil finde an dieser stadt und zwar hier diese werft die hier unter dem berg so verbaut ist da sieht man schon wie hier an den seilen an den ketten hier die boote und die stämme hochgezogen werden und wodurch hier dann langsam die schiffe gefertigt werden können alles hier schön im asiatischen stil hier scheint irgendwas zu sein ja was wird das hier sein vielleicht eine sarke anlage wo man sarke brennt weiß es nicht genau ehrlich gesagt man sieht hier der asiatische stil zieht sich einmal komplett durch die stadt durch hier ist ein kleines pub vielleicht so eine art pub am hafen oder so oder für die werftarbeiter vielleicht so ein kleines verglückens häuschen sage ich mal eine kleine ja vom werftmeister oder so baupläne ich weiß nicht was hier in den regalen drin ist kann ich leider auch nicht reingucken aber was ich auch gut finde die banner hier mit diesen asiatischen schriftzeichen kann man ja so interpretieren denke ich war sieht auf jeden fall in meinen augen sehr gut aus auch hier dieses schleusentor das hafentor was sie so ange ja merkt jetzt sage ich jetzt mal und dann das zeige ich euch zuletzt dieser winkel hier auf den hafen das hier finde ich sieht sehr schön aus hafenbett hier und dann am marktplatz jeder spieler hat natürlich auch die eigene möglichkeiten eigene shops aufzubauen und auch sachen zu verkaufen das ist ja ja was nafen eben ausmacht denke ich ist ja auf jeden fall gegeben auch ein paar heuhaufen so ein bisschen ware die erhöht hat wird in die fernen ländereien dann entfernen wir uns ein wenig vom hafen dann haben wir hier denke ich eine fischhütte ja fischhütte relativ unspektakulär immerhin zwei etagen mehr oder weniger fisch hier kann man vielleicht auch mit unsichtbaren item frames mehr arbeiten kann man ja bei uns gegen spieler punkte die man durchs voten bekommt erhalten ist ja allgemein bekannt für die die hier auf dem server spielen die wissen das hoffentlich ansonsten vielleicht ist es auch absicht aber was ich gut finde ist dass hier so ein bisschen der fisch geräuchert wird der hier geangelt wurde also fischfang ist hier auf jeden fall denke ich in dieser stadt ein sehr großes thema haben wir hier ein leuchtturm glaube ich nicht jeder hafen aber sollte auf jeden fall auch bei keinem hafen fehlen finde ich immer eine super ergänzung ich meine bis jetzt relativ unspektakulär hier so ein turm zu bauen aber ja man hat hier schon einen blick auf den hafen so sieht das dann aus hier hier haben wir einen karren oder vielleicht auch katapult oder kanone kleines korallenref hier am hafenbett also ich finde den hafen hier finde ich schon mal sehr gut muss ich sagen und wir werden auch gleich sehen dass sich das die stadt hier in mehrere distrikte aufteilt und zwar haben wir hier dann gleich ich gehe hier kurz rein okay das ist das postamt ja sehr leer eingerichtet bis jetzt ja ein paar htb köpfe hier ein bisschen zeitung und so weiter ist zwar ganz geil aber hier so ein bisschen naja da geht auf jeden fall noch was sage ich es mal so auch hier ist eine taube eine brieftaube so taubenschläge sind hier also postamt auf jeden fall auch eine coole idee und dann hier ein kleines teestübchen mit einer teeverkäuferin wo man sich tee kaufen kann auch natürlich passend zum asiatischen setting alles wir gucken uns jetzt die nächste ebene sage ich mal an also man kann dann hier hochgehen über den steinigen pfad durch diese ja rundbögen oder durch diese asiatischen bürgen sage ich mal ich weiß nicht wie man sie genau nennt kann hier dann durchgehen und dann wird man hier gleich ganz oben ist so ein bisschen das modernere asiatischer baustil sage ich mal der hier angewendet wurde und dann haben wir aber hier gleich noch in einem anderen distrikt hier steht zum hafen distrikt da unten ist das hafen distrikt und dann haben wir hier hinten oder hier vorne besser gesagt auch da hinten noch ein bisschen so ein bisschen altmodischere baustil sage ich jetzt mal man kann jetzt hier sehen sieht alles ein bisschen ländlicher aus so dieses typische asiatische feudalische mittelalterliche baustil die häuser hier ein bisschen sehr eng ein bisschen sehr klein man kann hier eigentlich kaum drin wohnen hier ist einfach ein bett drin aber wenn jetzt rein so auf die auf die verpackung achtet also so wie es aussieht bin ich das eigentlich schon passend immer hier so diese kleinen häuschen diese hütten ja also gut sieht es aus ob man da drin jetzt wohnen kann ist noch mal eine andere sache aber jetzt rein von dem deko aspekt finde ich sehr interessant naja da gibt es auf jeden fall hier noch andere größere häuser vielleicht ein kleines lokal ich denke mal dass eine kleine taverne oder so ein kleines café sage ich jetzt mal hier der park ziemlich cool idyllisch klein aber fein paar fische drin auch hier mit htb köpfen könnte man hier noch ein paar händen oder sowas hin basteln aber alles natürlich wieder meckern auf hohem niveau dann haben wir hier hinten noch ein wichtigeres haus ich weiß nicht was das ist sieht mir so ein bisschen nach so einer schreien aus also ich denke mal hier ist so eine heilige mystische bedeutsame edle rüstung hier wäre es halt cool gewesen auch hier wieder eine kleine lore zur rüstung zu schreiben im forum schild hier dran platzieren und dann können halt jeder spieler oder auch besucher der sich dann hier in die stadt führt ein bisschen hier auch die lore über die stadt per schild ist das immer eine gute möglichkeit dann über die rüstung was zu erfahren oder auch über die stadt selbst was diese rüstung für eine bedeutung hat und so weiter denkt mal hier das soll reis sein ich bin mir aber nicht sicher weil beispielsweise hier ich weiß nicht was das ist soll das bier sein oder reis ich denke mal es soll reis sein also müssen oder wäre es sinnvoll wenn das hier reis wäre ja wie stellt man reis am besten da ich würde es wahrscheinlich mit zuckerrohr oder mit ganz normalem gras machen weil also schon schwer gras ja also reis meine ich reis darstellen in minecraft ist schwierig ich hoffe irgendwann bei mojang macht es mal klick und die bringen auch reis mal ein weil reis eigentlich so ein wichtiger stoff ist zum bauen also dass die das noch lange nicht eingefetscht haben wundert mich aber ja auf jeden fall so lange es das noch nicht gibt ich denke ich würde sie mit zuckerrohr darstellen aber hier das ist so ein bisschen weiß nicht bären und so ich weiß das passt noch nicht so ganz finde ich jetzt aber hier das finde ich auf jeden fall sehr cool hier denke mal dass es reis ist mit diesen reisschalen reisbällchen oder sowas ja das finde ich sehr geil hier das gehört hier noch so ein bisschen zu dem alten modischeren baustil distrikt sind ein paar kühe ja auch hier die häuser wie gesagt alle noch sehr lieblos muss auf jeden fall noch ein bisschen was nachgewählen kleiner brunnen darf eigentlich auch nicht fehlen kleine brücke über einen kleinen bach und hier wurde auch mit htb köpft gearbeitet dann haben wir hier so eine art was das und dojo oder sowas vielleicht ich denke mal küche irgendwas ist hier weiß ich genau was es ist aber es sieht eigentlich ganz gut aus auch hier ein dojo oder sowas ein tempel vielleicht ist noch sehr lieblos aber genau das ist eigentlich der anreiz auch für spieler vielleicht in die stadt zu kommen wenn sie gute in architekten sind oder so oder wenn die ihr einfach eine bleibe suchen und sich mehr aufs rp fokussieren wollen dann können die sich hier was kleines mieten oder kleines beziehen und dann können die sich auch mehr aufs rp fokussieren ja hier das ist die universität über mehrere etagen hier gibt es wahrscheinlich auch mehrere lehrräume hier oben ist eine kleine terrasse geht noch ein bisschen mehr also in einrichtung wie gesagt alles meckern auf hohem niveau ich könnte es nicht besser von außen sieht die stadt sehr geil aus muss ich schon sagen ist schon so sehr wie ich mir das vorstelle ein asiatisches feeling zu bekommen in einrichtung muss auf jeden fall noch ein bisschen nachgeholt werden das stadtmuseum hier haben wir mehr oder weniger wichtige relikte denke ich mal auch hier muss auf jeden fall noch ein buch hin ist denke ich auch noch geplant dass zu jedem artefakt hier auch was geschrieben wird hier per buch und so weiter kleines porträt porträt auch diese porträts wenn ihr interesse habt ein porträt zu erwerben einfach voten spieler punkte absahen und dann könnt ihr euch ein ganz beliebiges bild aus dem internet euch selbst hier ins spiel kopieren lassen ist auf jeden fall sehr cool wird hier auch fleißig angenommen jede stadt hat eigentlich so eigene porträts was die stadt dann noch mal ein bisschen mehr individualisiert was ich immer ganz cool finde dann irgendwie noch so ein schreien oder irgendein haus von irgendeinem höheren tier der stadt oder sowas ich weiß es gleich irgendein haus auf jeden fall ja aber sonst gefällt mir sehr gut hier und ja hier hinten geht es noch mal weiter holy shit hier haben wir so eine kleine drachenstatue ja auf jeden fall hier hinten geht es dann noch mal weiter ich werde jetzt auch nicht alles zeigen ich würde sagen wir verlieren mal keine wertvolle zeit und schauen uns jetzt mal sag ich mal den hauptteil der stadt an und zwar muss man ja auch wieder weiter die treppen hochlaufen ist immer ein bisschen steig aber hier oben sieht man schon die pagode oder ich weiß ob es pagode heißt aber ich glaube schon hier werde ich nochmal vielleicht zurück rein man muss ja also steinig umständlich hochlaufen finde ich aber ganz cool dass so dieser pfad dieser weg in die stadt über diesen berg hier eingebaut wurde verbaut wurde paar kleine laternen so als wegweiser wo man gelangen muss bis man dann hier oben irgendwann ist denke mal das ist so ein tempel wahrscheinlich der wichtigste tempel der leider ein bisschen leer steht ja hier weiß nicht was man machen könnte vielleicht ein bisschen mit gold verzieren oder so ein wasserbecken rein so eine kleine sandgrube vielleicht man aber ja das muss die stadt dann selbst entscheiden wie sie das designt so und jetzt muss man hier wieder runter laufen und ja man sieht hier schon hier ist so der hauptteil der stadt und zwar hier kommt man dann rein beziehungsweise auch hier kommt man rein so hier aufgespießte ohrköpfe haben wir hier erstmal das sagt ja schon eigentlich dass die stadt relativ also wahrscheinlich schon sehr stark ork feindlich ist und hier haben wir eine kleine pferde zucht erstmal eigentlich nichts besonderes ein bisschen kleinen grün park vielleicht ist so eine kleine arena auch wo die samurai dann trainieren können stadtmauer ich denke mal hier kann man dann die stadtmauer rein okay hier haben wir erstmal wahrscheinlich eine kleine taverne oder ein tee häuschen irgendwas oder reis oder sarg irgendwas wird hier produziert ich weiß noch nicht was hier ist brot hier ist irgendwie kaffee oder sowas oder kakao hier ist auch glaube ich kakao hier ist dann wieder irgendwann tee oder irgendwas keine ahnung reis oder keine ahnung was hier immer das finde ich ganz cool dass hier so eine pfütze quasi verbaut ist im weg das finde ich wiederum ganz cool dann haben wir hier ein aus des shoguns okay hier haben wir mal das regierungsgebäude oder beziehungsweise das privat das privathaus des shoguns mehrere zimmer vermutlich für die ganze familie oder für bedienstete vielleicht sogar haben wir die wahrscheinlich die kinder des shoguns das finde ich sehr cool gemacht muss ich sagen auch hier so eine hausfrau oder ein bediensteter die dann hier das essen zubereitet für die kinder kleine hundehütte haustiere also das finde ich sehr cool hier muss ich schon sagen dass nicht sehr gut ich glaube das soll fisch sein hier oben ist dann das schlafzimmer waffenschrank wahrscheinlich ja bücher die stadtkasse also das muss ich schon sagen das haus gefällt mir dann schon wieder sehr gut das ist wenigstens ein bisschen kreativ auch eingerichtet hier mit diesen bediensteten also ich muss sagen mir gefiel diese ländliche region wo wir eben waren besser weil hier finde ich das ist alles so durcheinander nicht strukturiert irgendwie die mauer besteht nur aus zwei materialien hier ist alles noch so weiß ich so komisch einfach hier also hier so ein paar kürbisse kann einfach so hingeklatscht so das sieht mehr so auf pragmatik irgendwie getrimmt aus hier einfach eine fette mauer hingebaut und dann hier zum beispiel kennt zwar den sinn dahinter so eine richtige asiatische stadt zu machen und nicht so ein asiatisches ländliche gedönse aber ich finde weiß ich hier der weg und so ist irgendwie alles so ne hier was weiß nicht das sieht alles so ein bisschen chaotisch aus möchte ich sagen karei ist hier jetzt auch nicht zu hart natürlich damit ins gericht gehen ich finde das sieht natürlich immer noch alles gut aus und im endeffekt ist das auch immer die entscheidung des stadtherrens wie er was die sei weil ihm muss es gefallen ich sage natürlich nur meine eigene meinung kanalisation das finde ich wiederum gut eine kanalisation in der stadt sehr sehr gut weil das einfach sehr viele erkundungsmöglichkeiten gibt das finde ich sehr geil das muss ich sagen finde ich sehr geil wenn man kann jetzt hier in zig verschiedenste richtungen gehen und kann hier verschiedenste sachen entdecken also auch da sollte man dann unbedingt mal einschauen so jetzt sind wir hier wieder zurück in der stadt ich muss sagen so wie ich mir das vorstellen würde eine richtige asiatische stadt ist halt so wie die blumenhauptstadt in wano kuni bei one piece wer es kennt der wird es nachempfinden das sind einfach ganz andere ja ein ganz anderes setting ganz andere vibes die man damit reichen würde ich kann das hier so ein bisschen den ansatz kann ich sehen hier mit auch mit diesen bannern und den lateren immer oben an diesen ja befestigung kanal an den brettern aber das sieht hier noch irgendwie so ein bisschen sehr großlos aus so einfach hier so ein weg hin geklatscht und ja hier nichts groß an deko oder so irgendwie ja klar hier kommt deko an so ein bisschen aber ich finde weiß ich irgendwie sieht das noch so ein bisschen die bloß alles aus das letzte distrikt und hier sieht das gefällt mir wieder deutlich besser weil hier haben wir es wieder ein bisschen ländlicher so ein bisschen altmodischer hier sind vor allem tiersplüten blätter was man eigentlich von einer asiatischen stadt auch erwartet diesen kleiner gong oder so kleiner bach oder auch nicht nur ein kleiner see nicht mal ein kleiner pfütze ist eigentlich immer kleiner tempel über ein kleines häuschen mit einer glocke drin auch hier wieder denke ich könnte eine art kaserne sein oder ein dojo oder so ja hier ist ein kleiner kampfraum zum trainieren der samurai also dieses distrikt wenn man so will das hier gefällt mir wieder deutlich besser weil hier ist der weg ist nicht einfach so ein stein weg sondern hier richtig so ein natürlicher weg hier mit trampelpfaden ein bisschen mit gras noch dabei und so also ist ein bisschen natürlicher alles aber hier ist auch noch nicht so viel eingerichtet da wollen wir uns jetzt auch nicht so drauf festnageln und hier zum beispiel hier sind auch mega fps drops ich weiß nicht ob ihr das seht es leckt gerade wie hölle es leckt gerade wie hölle das kannst du keinem erzählen und hier diese das gefällt mir einfach nicht so gut ich würde wahrscheinlich eher auf natürlichere wege hier zurückgreifen und ja ein bisschen die gebäude ich meine das kann man jetzt nicht mehr alles umbauen und wenn der distrikt halt so designt sein soll ich meine ich erkenne ja auch so ein bisschen dieses dieses feeling also dass die gebäude jetzt so so aneinander gepresst sind sag ich mal das ist vielleicht gar nicht das problem aber irgendwie hier dieser weg und so ein paar details noch die fehlen hier einfach noch so ein bisschen aber wie gesagt wir wollen uns hier nicht auf details festnageln weil hier das zum beispiel gefällt mir ja gut das ist so der park und der hafen ganz unten und das hier hat mir auf jeden fall am besten gefallen genau so ich denke mal wir sind am ende unserer stadtvorstellung ich habe leider wieder ein bisschen sehr viel geredet grundsätzlich gilt alles was über die stadt wissen wollt steht alles unten in der video beschreibung verlinkt alles in der stadtvorstellung verlinkt das heißt wenn ihr ja euch für die stadt interessiert wenn ihr ein richtiges mittelalterliches asiatisch asiatisches setting haben wollt mit samurai okkulten oder samurai kulten mit den tempeln damit mit sarke mit mit kirschblüten blättern mit tradition mit schauspiel und so weiter dann seid ihr bei archi auf jeden fall richtig wie gesagt schaut unten in die video beschreibung dass die stadtvorstellung auf jeden fall noch mal im forum verlinkt und die ist auch immer aktuell ja und wenn ihr gerne selbst eine stadt vorgestellt haben möchtet dann schickt mir sehr gerne einfach im forum im discord oder sonst wo eine private nachricht und dann werde ich mir eure stadt auf jeden fall auch anschauen und für alle anderen da draußen die jetzt doch nicht irgendwie mit fts was am hut haben und die jetzt neu hier dazugestoßen sind schaut gerne bei uns auf dem server vorbei es würde mich sehr freuen hier ist auf jeden fall für jeden was dabei ob man jetzt einen christen spielen möchte im mittelalter oder einen asiaten oder ein nordmann oder ein elf oder ein zwerg oder ein ork oder sonstiges ihr könnt hier gerne ja vorbeischauen und ihr werdet es denke ich hoffentlich also ich bin eigentlich davon überzeugt ihr werdet es nicht bereuen sag ich mal so wird mich freuen wird uns alle freuen und ansonsten freut euch auf weitere videos dieser art oben rechts seht ihr jetzt nochmal eingeblendet alle anderen stadtvorstellungen die playlist dazu dann könnt ihr euch nochmal andere städte gerne anschauen ja m zu 1 m zu nice gg